Das wundervolle Naturschutzgebiet Lüneburger Heide hat nicht nur landschaftlich, sondern auch kulinarisch einiges zu bieten. Im Gasthaus zum Heidemuseum können Sie nach Lust und Laune lukulische Leckerbissen von der Heidschnucke, feinste Hausmannskost und gutbürgerliche Küche genießen. In historischem Ambiente bietet das Gute-Laune-Team seinen Gästen heimeligen Komfort. Ob in den gemütlichen Gaststuben oder im uralten Schafstall Emhoff, der zum lauschigen Veranstaltungshaus umgebaut wurde, hier werden Sie sich garantiert wohlfühlen. Die drei liebevoll reetgedeckten Häuser Mäzig, Domitslav und Konvenz bieten zahlreichen Gästen in gemütlichen Räumlichkeiten Platz für längere Aufenthalte und kleinere Familienfeiern. Das Gehöft ist durch seine historische Bauweise mit rotem Backstein und Schilfdeckung eine wunderbare Liebeserklärung an die Geschichte der Lüneburger Heide. Gasthaus zum Heidemuseum. Weil sich der Weg lohnt. Gasthaus zum Heidemuseum. Weil sich der Weg lohnt.